Hallo ihr Lieben, es ist jetzt hier schon der Fotografie bzw. Coach, der Kunstpsychologe, ja, ich denke, kann man sagen, fair to say Experte für toxische Beziehungen. Es geht nochmal in der Mail, die ich bekommen habe zu diesem Johnny Depp Ember Hurt Fall und alles, was ich jetzt sage, sind natürlich wieder nur meine Meinung, meine Mutmaßung. Keiner war dabei, was auch Teil des Problems ist, was ich heute gerne mal darstellen würde. Und es gibt ja eine Sache, die wirklich sehr spannend ist, dass sich Social Media da eine ganz klare Meinung gebildet hat, ob das jetzt TikTok ist, Twitter ist, YouTube ist und die öffentlichen Medien. Medien, aber eigentlich mindestens sehr viel, wie soll ich mal sagen, neutraler sind bzw. Pro Ember Hurt Schreiben, das ist mir auch schon aufgefallen. Finde ich sehr spannend, by the way, auch ein bisschen verstörend irgendwie. Also das sind jetzt heute alles, das wollt ihr auch von mir hören, Meinungen, Mutmaßungen und so weiter. Also ich lese mal die Mail vor. Hallo Christian, ich hatte zwischendurch mal ein Video von dir zum Thema Depp Hurt Prozess gesehen. Ich weiß nicht, wie zurzeit deine Meinung ist, aber ich denke, der Fall ist differenzierter zu betrachten, als von dir dargestellt. Also ich finde, ich habe ihn sehr differenziert betrachtet. Ich habe extrem differenzierte Videos gemacht zu den psychologischen Gutachten und vielleicht hast du noch nicht alles gesehen. Depp stilisiert sich hier als Opfer und alle glauben es. Ich weiß nicht, ob du den Prozess gesehen hast, aber also meine ganz persönliche Meinung ist, also nach allem, was ich gesehen habe, nach diesem ganzen wirklich Lügen, die ihr nachgewiesen worden sind, dass kein Mensch für sie aussagt, außer ihre Schwester. Ihre Schwester in der Aussage von der Jennifer Howell im Grunde genommen auseinandergenommen wird, weil vor ein paar Jahren ihre Schwester noch ganz was anderes ausgesagt hat über diesen einzigen Vorfall, wo jemand mal gesagt hat, ja, ich habe gesehen, dass Johnny Depp immer hört, irgendwas tut. Das war nur ihre Schwester und ich weiß nicht, als wir hier ausrollen und die Freundin, bei der sie gewohnt hatten, ja, und zu der sie hingezogen ist nach dem Vorfall, sagt aber ganz was anderes aus, als sie damals ganz was anderes gesagt hätte. Und sonst sagt niemand für sie aus. Ein Behörd hat eine Historie, kann man glaube ich sagen, von, also zumindest in einem Fall ist sie angeklagt worden oder vor Gericht gekommen, festgenommen worden, was weiß ich, wegen häuslicher Gewalt. Ich meine, Johnny Depp hat das nicht, es gibt eine Fülle von Lügen, es gibt keinerlei medizinischen Rekord, dass hier irgendwas passiert ist, im Gegensatz zu Johnny Depp, wo es ausführliche Rekords gibt, es gibt Sprachnachrichten, wo sie zugibt, ihn geschlagen zu haben und, also da frage ich mich, muss ich auch wirklich sagen, frage ich mich als Mann, was soll man denn noch machen, dass man auch mal Opfer sein darf als Mann? Also das frage ich mich wirklich, was denn noch irgendwie? Und ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mal, habe ich noch mal so mehr amerikanische Videos geguckt, so einen Männerkanal geguckt habe, auch von Psychologen, die ernsthaft gesagt werden, eigentlich musst du als Mann heutzutage deine ganze Wohnung, du musst eigentlich alles per Video aufnehmen, überall Audio, dass du irgendwann mal belegen kannst, dass du nichts gemacht hast, nichts passiert ist und ich dachte mir, was für eine absurde Aussage, aber, ja, ist ja auch nicht erlaubt, man ist abgesehen davon, aber ich kann das verstehen, dieses, das, und das ist, was ich auch höre von vielen Männern, dass die sich wirklich nichts mehr trauen, die trauen sich ja nicht mal mehr Frauen anzusprechen, weil sie dann schon am Tisch wieder übergriffig und ist das die Welt, die wir haben wollen? Mal ehrlich, und wenn das jetzt andersrum wäre und Amber Hurt war der Mann und Johnny Depp war die Frau, der wäre schon längst hinter Schloss und Riegel, der wäre schon für 10 Prozent, wäre da schon abgeurteilt worden, von den Medien auch übrigens und von, und wahrscheinlich auch von Social Media oder so, ne? Ja. Und dann zu sagen, er stilisiert sich als ein Opfer, das ist, was auch für jeden scheiße ist, aber für Männer auch, dass sozusagen alles sieht danach aus, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass er eher das Opfer war in dieser Beziehung. Und dann wird es aber so hingestellt, also er ist so ein, das ist auch oft so ein Narrativ, er ist so ein perfider Narzisst, ist er das so fake, dass er das Opfer ist und so die Tetras hat er so perfide angestellt und also das ist auch, was ich oft höre, wenn es wirklich alles dafür spricht, dass es so und so gewesen ist und dann gesagt wird, ja, es ist so ein abgefahrener, perfider Plan, den ausgehackt hat und ich kann es nicht nachvollziehen, Leute, sage ich ganz ehrlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Der Verdacht kam ja auch vor einiger Zeit, im Grunde genommen steckt dahinter Frauenfeindlichkeit, auch von Frauen gegenüber Frauen. Ja, ist deine Meinung, kann ich hören, für mich steckt hier hinter Männerfeindlichkeit. Wann Männer werden Opfer? Das ist einfach so. Ich meine, ich habe das selber erlebt, andere Männer schreiben mir das und ja, natürlich, ja, macht es sein, dass Frauen, wie gesagt, ich mache so viele Videos hier für Frauen, mir ist das Geschlecht eigentlich egal. Nur ich finde, wenn alles dafür spricht, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber dass hier vielleicht mal der Mann Opfer geworden ist, dann darf man das auch mal sagen und da muss man es nicht wieder so verdrehen, dass es nicht sein kann irgendwie, nur weil er bekannt ist, Geld hat, berühmt ist und ich sehe hier eher Männerfeindlichkeit. Ich sehe hier, also wann werden Männer, kommen Männer in die Opferposition, wenn sie mit Frauen zusammen sind, die einen tierischen Hass auf Männer haben, weil sie einen tierischen Hass auf ihre Väter haben. Oder es mag andersrum genauso sein mit Männern. Wie gesagt, das Geschlecht ist eigentlich egal, nur ich weiß wirklich nicht, was er noch tun soll. Ja, ich möchte aber auch sagen, mal so ein bisschen relativierend, die waren x Jahre zusammen, der Typ hat wirklich Drogenprobleme ohne Ende, der ist im Prozess in England, deswegen ist der auch schlechter, glaube ich, für ihn ausgegangen, ging es mir noch viel schlechter, hat einen viel schlechteren Eindruck gemacht und mit einem Junkie zusammen zu sein, ist bestimmt überhaupt kein Spaß, die werden sich ohne Ende angetriggert haben und ja, vielleicht hat er auch nicht irgendwann mal irgendeine Grenze überschritten, aber es ist, ja, ich weiß nicht, wo das belegt ist, ich habe das nicht gesehen, also ganz ehrlich. Und, aber was man natürlich sagen muss, und das ist auch wirklich mein Rat, je länger du in einer toxischen Beziehung bleibst, und die waren viele Jahre in einer höchst toxischen Beziehung, umso mehr werden die Menschen sagen und auch mit einem gewissen Recht werden sie sagen, ja, aber du warst auch da drin und werden wahrscheinlich auch sagen, das, was glaube ich, kein guter Satz ist, aber die werden wahrscheinlich auch sagen, ja, es gehört immer zweit dazu, was bei, wissen wir alle in toxischen Beziehungen, manchmal nicht mal, manchmal gehört auch nur einer dazu, bei einer, der andere bleibt halt drin so, ne, und je länger du drin bleibst, je länger du das mitmachst, umso schwieriger wirst du es haben, da hinterher jemanden zu finden, der sagt, ja, ja, dir ist wirklich Unrecht geschehen und so, deswegen kann ich noch mal raten, so schnell wie möglich rauszugehen, und die eigene Spielfläche wirklich sklavisch sauber zu halten, weil dann sind die Chancen am größten, ne, dass man das Gute übersteht und das hat er sicherlich hier nicht gemacht so und wie gesagt, mit einem Junkie zusammen zu sein, ist kein Spaß, nur sie hat ja auch Drogen genommen, vielleicht nicht so viel wie er, aber wie gesagt, dass sie sich ohne Ende angeträgert haben, dass sie das Schlechteste aus sich rausgeholt haben, dass sie beide wahrscheinlich mit einem anderen Partner wahrscheinlich viel stabiler sind, sie auch, ja, es mag sein, aber was ich hier sehe, vermute, und was ich oft gesehen habe, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist, dass sich hier jemand, der einfach seinen Willen nicht gekriegt hat, ja, das hier, also das ist wirklich nur meine Meinung, aber ich vermute, dass hier jemand seinen Willen nicht gekriegt hat, dass sich jemand versucht hat, Fame abzuziehen, vom hochbekannten Schauspieler seine eigene Karriere zu boosten, vielleicht hat es auch Gefühle gegeben, und dass es jetzt jemand weiter nutzen will, bekannter zu werden, was sie auch erreicht hat, das ist meine Vermutung, indem sie so ein Superopfer ist, so das Superopfer, was dem Täter die Stirn bietet, und so das Aushängeschild für häuslichen Missbrauch, und das sehe ich ehrlich gesagt öfters in der Szene, dass Leute, ja, darüber so ihr Ego aufplustern wollen, dass sie, ja, das größte Opfer aller der Welt sind, und jetzt so sich an die Spitze dieser Bewegung stellen wollen, warum aus Ego gründen, und für mich hat dieser Fall all diese Marker, die solche Fälle halt haben, irgendwie so, das ist meine Meinung, da stehe ich auch zu, heute fand ich einen richtig guten Artikel dazu, ja, gucken wir mal rein, ich kann den ja auch gerne mal verlinken, könnt ihr euch, für das Bild habe ich eure eigene Meinung, ist das sowieso, wurscht, soll ihr ja denken, was auch will, muss sich auch niemand überzeugen, ich sage immer nur meine Meinung, ja, ist ein typischer, deswegen, das ist in Medien, wie das ganz anders beschrieben, und gehen wir es mal so ein bisschen durch, so eine Frankfurter Rundschau, ja, es ist diese eine Textnachricht, die John Depp geschickt hat, an seinen Kumpel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer toxischen Beziehung wart, und alle möglichen negativen Emotionen habt, und nicht wisst, wohin damit, und da hat man einen Kumpel, und da lässt man das vielleicht jetzt im Thiel auf, und schreibt mal eine krasse Nachricht, an einen Kumpel, nicht mal an sie, was das belegen soll, erschließt sich mir nicht, sage ich ganz ehrlich, ähm, was haben wir ja noch, äh, ja gut, er hat den Prozess, äh, in England verloren, ähm, was aber auch nicht gegen sie war, sondern, da ging es auch viel um Meinungsfreiheit, äh, und, ja, was eben jetzt auch, jetzt in Amerika übrigens auch, er muss, wie gesagt, es geht ja nicht, es wird ja nicht diese Ehe bewertet, sondern, ob sie ihn Frauenschläger nennen darf, so ungefähr, und, äh, da geht es natürlich auch viel um Meinungsfreiheit, und, äh, dass die Schwelle ist da sehr niedrig, aber gut, ich habe den Prozess in England nicht verfolgt, ja, dann wird gesagt, äh, hört, hätte eindeutige Hinweise auf eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, Titeln an deutsche Medien, dass es sich dabei eine vom Depp bezahlte Gutachterin anhandelte, wurde überhaupt erst später im Text erwähnt, weiß ich nicht, ich habe das überall gelesen, und ich habe das auch immer gesagt, dass es die Gutachterin von Depp war, aber, sie hat es halt irre gut begründet, im Gegensatz zu den Gutachterinnen von Amber Heard, auch das habe ich hier ausführlich, ja, ähm, ein aus dem Kontext gerissenes Audio, Brandmarkt hört als Hitlerin gegen Depp, sorry, sie hat einfach fucking, ey, was ist das, das ist wirklich, für mich ist das Gaslighting jedes Artikel, weil sie hat einfach zugegeben, dass sie ihn geschlagen hat, mein Gott, er hat auch überall, er hat Wunden gehabt, er hat, er hat ein blaues Auge gehabt, äh, in diesem Orient Express, und ich weiß nicht was, und ist ja jetzt auch immer gegen eine Wand gelaufen, eine Treppe runtergefallen, oder was, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht wie ihr, ihr könnt, ich habe die auch in einem Video, ist die Sprachnachricht auch drin, wie man da sagen kann, äh, das ist aus dem, ich, ich, sorry, kann ich nicht nachvollziehen, finde ich schlimm sowas zu schreiben, sage ich ganz ehrlich, ja, ähm, naja, lese ich das mal selber durch, ich kann es, äh, nicht nachvollziehen, aber, egal, könntest du dich mal selber durchlesen, äh, was haben wir noch, äh, es ist eine Situation, die untergräbt, wie Missbrauch wirklich abläuft, sagt Farrakhan, Expertin für schlechter Gerechtigkeit im Online-Portal, weiß News, außerdem habe, habe dieses Verhalten zum Ziel Opfer und Überlebende vom Missbrauch davon abzuhalten, sich zu äußern, ja, aber was hier gemacht wird, ist, dass Männer davon abgehalten werden, sich zu äußern, und, ähm, ja, weiß ich nicht, und, äh, wie gesagt, äh, es geht hier auch, worum es hier auch geht, ist, äh, gut, es sind noch andere Sachen hier genannt, die ich noch nie gehört habe, die im Schauspiel, der auch, den Prozess auch keine Rolle gespielt haben, weiß ich nicht, ähm, ähm, dann steht hier, Depps Beweisführung, musst du herbe Rückschläge einstecken, wo denn, also, ich habe nur einmal gehört, schwere Rückschläge ein, ich, ich weiß nicht, wie man sowas schreiben kann, ich weiß es nicht, ähm, keiner, das ist mir ein Rätsel, wirklich, äh, hier steht, es gibt ein Audio, in dem er zugibt, dass er sich die Fingerkuppe abgeschnitten hat, habe ich nirgendwo gesehen in dem Prozess, ich habe wirklich alles verfolgt, aber, keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass sie mehrfach der Lüge überführt worden ist, dass sie diese Sachen nicht gespendet hat, äh, dass sie so ein Updick-Set benutzt hat, äh, was gar nicht auf dem Markt war, also, einfach so viele Sachen, ey, sorry, ähm, und dann geht es wieder um dieses Thema, ähm, dass sie kein ideales Opfer ist, ja, äh, ich verstehe, ich verstehe, das verstehe, ich verstehe es, aber, da sind jetzt, ich nehme mal an, ich wäre jetzt in dieser Jury, ich würde versuchen, mir ein Urteil zu machen, niemand war dabei, es gibt keine Kameras, es gibt diese ganzen Indizien, die Frau wird mehrfach, äh, der Lüge überführt, es gibt, und es gibt Tonbänder, die zeigen, wie die miteinander geredet haben, und da sehe ich, oder höre ich eine Frau, oder ich sehe, ich höre einen Depp, der sich ständig zurückzieht, der durch jedes Zimmer zurückweicht, der sagt, äh, lass uns doch einfach trennen, der einfach raus will aus der Beziehung, ich höre eine Anbehörde, die hinter ihm hergeht, die, äh, ihn, äh, fertig macht, äh, verspottet, äh, sagt er, sag doch, dass du ein Opfer von häuslicher Gewalt bist, geh doch an die Öffentlichkeit, wie keiner wird dir glauben, äh, und super aggressiv, dominant, und einfach fies und gemein ist, ja, und, äh, ja, und da, äh, kommt sie nicht rüber wie ein typisches Opfer, das ist für mich, das ist eine Höhnung, Verhönung von Opfern, die, äh, in aller Regel, äh, aller Regel, es macht natürlich Ausnahmen geben, mein Gott, aber in aller Regel, äh, immer Co-Op-Hänger werden, äh, versuchen bloß nicht, bloß keinen Ärger provozieren, immer versuchen, möglichst lieb und nett zu sein, ähm, immer, wie gesagt, Co-Op-Hänger werden immer mehr machen für den Partner, immer, und, ja, also, sorry, sie hört sich einfach nicht an, wie ein typisches Opfer, es ist so, äh, und, äh, ganz im Gegenteil, äh, hört sich wie jemand an, der, voller Aggressionen steckt, und, äh, wie gesagt, ja auch in seiner, äh, ihrer Historie auch schon grenzvorschritten hat, und auch die ganzen Sachen, das ist ja auch indirekt, denke ich, äh, gut belegt worden, ist meine Meinung, äh, das Ganze an die Presse gesteckt hat, irgendwie, warum, äh, um bekannter zu werden, also, für mich ist das ein typischer Fall, wo eine Frau versucht, verzweifelt, äh, ihre Karriere auch irgendwo zu boosten, ne, und du machst es auch, äh, Emotionen gegeben haben und alles, ja, äh, 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 aber genau so habe ich das auch erlebt und, äh, kenne auch andere Menschen, die das genauso erlebt haben, es hat einfach genau diese, diese Merkmale, dieser ganze Fall, trotzdem sage ich natürlich immer wieder, ich weiß es letztlich auch nicht und ich war nicht dabei, aber das ist meine Meinung, fertig, ne, ja, ähm, obwohl Hörth jetzt ein gerichtlich nachgewiesenes Opfer ist, ja, vielleicht ist sie nach diesem Prozess, äh, ist auch Depp ein nachgewiesenes Opfer, ja, äh, wird sie weiterhin als Lügnerin dargestellt, also, wie man jetzt sagen kann, dass sie nicht gelogen hat, wo das vor Gericht wirklich, meiner Ansicht nach, äh, zweifelsfrei nachgewiesen worden ist oder irgendwelche anderen Leute haben krass gelogen, gelogen, äh, äh, sorry, ob das jetzt dieser Trailer-Sache ist, ob das jetzt, ihr Set ist, ob das jetzt, äh, dass sie überall gesagt, dass sie gesagt hat, dass sie diese, ähm, sieben Millionen bezahlt, äh, gespendet hat, was sie nicht gemacht hat und immer hat sie irgendeinen Grund und ich finde es einfach, ich finde es eine Verhöhnung von Opfern, in diesem Fall von Männern, dass jemand, der so, aus meiner Sicht, Gaslighting betreibt, nichts zugibt, sich als ein Engel darstellt, meint nie irgendwas gemacht zu haben, das ist genau das, was andere Menschen fertig macht, ob das jetzt ein Mann macht, ob das eine Frau macht, wenn du weißt, du hast irgendeine Scheiße erlebt und da kommt jemand uns, ich habe nichts falsch gemacht, gar nichts, waren immer die anderen, ich übernehme keinerlei Verantwortung für mein Verhalten, äh, hab ich nicht, war ich nicht, bin ich nicht, das ist eine Verhöhnung von Opfern, das ist meine Meinung, Leute, dabei bleibe ich auch, aber schreibt mir gerne, könnt gerne eine andere Meinung haben und wir können auch gerne von diesem Fall jetzt wieder weggehen, im letzten Ende, das ist mir auch egal, ich war nicht dabei, ich weiß nur, dass Männer auch Opfer werden können und, äh, das will ich auch immer sagen, sorry, auch wenn ich in aller Regel Mails von Frauen behandle und das wollen mir Frauen viel mehr schreiben und wahrscheinlich mehr Opfer werden und, äh, ich, mein Job ist, Menschen in 5.E-Beziehung zu bringen und dass wir diese ganze Täter-Opfer-Scheiße hinter uns lassen, ob jetzt Mann oder Frau, drauf geschissen, und ich bin ja, sag ich ja auch immer wieder, äh, keiner ist nur Opfer und keiner ist nur Täter, ähm, wir müssen alle, äh, es bringt sowieso nichts, immer auf andere zu gucken, auch weil John Depp wird das nicht viel bringen, letztlich, muss er sich fragen, warum war ich da so lange drin und, äh, dass er jetzt versucht, äh, sich für sich Gerechtigkeit zu bekommen und damit vor Gericht geht, finde ich genau richtig, wir werden sehen, wie es ausgeht, ich denke, er hat viele Punkte gemacht, irgendwie, äh, ganz egal, wie das jetzt ausgeht, glaube ich, und, aber letzten Endes muss jeder seine eigenen Opferthemen, muss jeder seine eigenen, äh, Täterthemen aufräumen, äh, wir waren alle mal Opfer, wir waren alle mal Täter, vielleicht in ganz verschiedenen Punkten im Leben und nicht in der einen Beziehung waren wir vielleicht nur Opfer oder nur Täter, äh, und ich glaube nicht, dass er nur Opfer heben, auf gar keinen Fall, äh, aber, äh, ich möchte auch mal, ich als Mann möchte auch mal eine Lanze brechen für andere Männer, weil ich, äh, ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder auch Mails kriege von Männern, die genau sowas erlebt haben und Angst haben, Angst haben, äh, auch in solche Mühlen zu geraten und, äh, und dann, ja, letztlich keine Frau mehr ansprechen und dann sagen die Frauen, wo sind die Männer, wo sind die Männer, die uns nicht mehr ansprechen, was ist hier los, warum, äh, das habe ich auch mit dem, mit der Alicia Jo besprochen gestern in dem Video, ähm, die sagt auch, ja doch, dass Männer sich das einfach nicht mehr trauen, weil, weil sie wollen, sie wollen nicht als übergriffig gebranntmarkt werden, wie das auch in dieser Gillette-Reklame war, wo dann, der eine Kumpel zum anderen sagt, nein, du darfst keine Frau ansprechen auf der Straße und, ja, und dann sagen die, dann wird gesagt, ja, warum werden wir nicht mal angesprochen, ja, ich höre das von so vielen Männern, die auch sagen, ich, auf der Arbeit, ich spreche doch keine Frau im Aufzug an oder mache ihr ein Kompliment, äh, da habe ich schon, äh, schon die Abmahnung am Hals irgendwie, ne, und, ja, also natürlich gibt es vielleicht auch, äh, verstehe ich mich jetzt nicht falsch, also, ich fange auch schon an, so rumzueiern, ja, natürlich gibt es auch eine Art, eine Frau im Aufzug anzusprechen, die nicht in Ordnung ist, ne, aber, äh, dass Frauen immer die Engel sind und Männer immer die Bösen, sorry Leute, wenn ihr das glaubt, dann weiß ich es auch nicht, es ist nicht so, letztlich sind für alle Menschen und kein Geschlecht ist besser, aber schlechter als das andere, schreibt gerne eure Meinung da drunter und wir sehen uns bald wieder. Die Sprecher die interesse, dann offen